her sehr sehr schön das funktioniert also war das war es gewesen jetzt baue sie ihren Rucksack schön das ist für Rucksack ich hab noch eine Frage da wurde ja nur eine kurze Hose angezogen ich hab versuch' mir vorn ein Reparaturkettel mit zu nehmen aber ihr passt hier in meine Hose rein nee sie brauchen einen Rucksack wir sind sie ja weil mein Auto unterwegs liegen geblieben ist mit Reifenplatte so wissen sie ich bin da ich bin da nicht so der gute Fahrer ne ich hab so ein bisschen die Gicht und so im Auge kennste grün star und so in grau halt so und äh da kannst du denn immer schlecht schlecht fahren und da hab ich dann gleich drei dabei ne Repair Kits ne drei oder drei geht gar nix da komm ich nicht an hallo hi hallo guten guten Tag soo und wo ist jetzt ihr Rucksack hui hallo oh nein hallo 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 soo hallo 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 10 hallo hallo oh mein Gott wir haben soweit alles wir müssen los Jo so nördlichen Zone sowie ja aber ich wollte es eigentlich noch von ihm mal kurz den Rucksack kurzer bestaunen gleich um Bauherr an Rucksack hier sagt er wie lange dauert denn das noch die Karte ist ein Mörder also ich hab die Fasern hab ich jetzt aber irgendwie weiß ich jetzt nicht wie es weiter geht ja jetzt gucken wir mal du hast Fasern und was brauchst du noch? ja die 120 Fasern hab ich jetzt jetzt müsste ich eigentlich einen Rucksack irgendwie zusammenbauen ja so dann dann versuch das mal jetzt nochmal hier bei deinen Apps mit der mit der Bauern App da mit dem mit der Pickachse da das Problem ist wieder die App zeigt mir wieder nichts an also wieder hab ich eine schlechte Verbindung oder hm äh Herr Gruber oh ja oh ja oh 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 Gott oh mein Gott krieg er mal den Finger krieg er mal den Finger jetzt verstehst du was du rauskriegst da schau dir mein Finger an Alter schau dir meine Hände an Alter guck mal guck dir meine Finger an meine Keime meine Keime was ist das für Finger was ist das für Finger abgrundtief abgrundtief zum hinknien Alter ich kann nicht mehr ach 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 zeig mir dann lass ihn doch mal hängen ach 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 oh hös ach ach kam hast du aus deine